Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest. Ich habe geträumt vor langer Zeit anzunehmen bei Pelagos im Ardenwald an dieser Position. ForQuest war zusammen los. Solltet ihr weitere Fragen haben zu ForQuest oder FolgeQuest schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch mehrere Videos verblinkt, in denen ich euch komplette Questfeier am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in die Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quest springen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Ich habe das jetzt vor der Quest erzielt, denn normalerweise sollte gleich ein Video starten. Währenddessen werde ich mal nichts sagen. Nehme die Quest an, dann klicke ich auf. Die Sprechblase hier, ich bin bereit. Nur ein Gefäß des Ardenwalds kann die Macht des Hains in sich fassen. Weidenblüte, ihr, ihr seid das Gefäß? Nein, es muss doch anders gehen. Trauert nicht um mich, Pelagos. Ich habe mein Leben lang dem Wald gedient. Das hier ist meine Chance, allen Schattenlanden zu helfen. Meine letzte Nacht war wunderschön. Ich bin so froh, dass ihr sie mit mir geteilt habt. Ich bin bereit, meine Königin. Weidenblüte, danke. Die Bastion wird eure Hilfe nie vergessen. Dafür werde ich sorgen. Ich bin bereit, welche Sie vertre Bobilze, ich bin bereit, dass ich innerhalb des libraries erzählt. Uh Gänsehaut. So jetzt darf man hier diesen Animasamen, wollte ich sagen. Das ist Gefäß des Avdenwalds. Looten. Mache jetzt nicht extra die Map auf, ist ja gleich daneben. Quest ist abzugeben bei Pelagos im Avdenwald an dieser Stelle. Hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. I Zocke Ende.